So könnte er aussehen, der Stadtbahnwagen, der künftig durch Tübingen fahren soll. Der Verein Pro Regio Stadtbahn wird einen entsprechenden Wagen am kommenden Samstag am Hauptbahnhof präsentieren. So können sich die Tübinger ein erstes Bild von der geplanten Regionalstadtbahn machen. Der sogenannte Flexity Swift kommt um 10.15 Uhr bei Gleis 2-3 an und darf dann besichtigt werden. Auch eine kostenlose Probefahrt nach Reutlingen ist möglich. Abfahrt um 14.06 Uhr von Gleis 5.